Servus, der Marc von Pysische Wien ist hier und bei mir ist die Mirika und wir machen heute ein Flat-Piercing und ein Conch in der Mitte, also quasi parallel zum Inner-Conch habe ich immer an der Außenfalte. Ich sage mir mal beides an und dann findet man hoffentlich einen richtigen Spot. Haben wir schon ein Video gemacht mit ihr oder das erste Mal das Video? Das erste Mal. Ich gebe dir mal ein Spielfeld, weil ich sage mir, Flat ist eine Geschmacksmache. Ich mache dir gerne 50 Punkte, aber vielleicht können wir es beim ersten auch schon haben. Also Flat ist quasi dieser gesamte Innenbereich hier. Woher ist es denn eher in der Mitte? Also in der Mitte, genau da. So Flat-Flat, also wirklich downtown. Ja. Was denkst du denn? Ja, ich finde es. Oh ja, es passt. Gut. Ja. Dann das zweite, das Low-Conch oder Mid-Conch, wenn man es nennen will. Wirklich genau in der Mitte, also hier. Ja. Okay. Ja, das passt auch. Die Pflegelechte Frau. Bin zufrieden. Ja, passt. Also generell, ich mische mich da nicht so viel ein, ich schaue einfach, was der Kunde gerne will. Ich habe nichts gegen die Punkte. Für mich sind die beide gut. Dann machen wir das so. Gut. Dann hast du gesagt Glitzesteine. Ja. In weiß. In hellblau oder in rosa. In weiß. Ja, das passt. Dann haben wir das. Dann packen wir alles aus, dann los geht's. Hast du einen Wunsch? Wenn wir anfangen sollen, zuerst das ein oder das andere. Also im Schmerz ist es fast gleich. Das ist nicht gleich. Aber manchmal haben die Leute eben mehr Angst vor dem einen als vor dem anderen. Deswegen frage ich mich. Nee, ist egal. Wie du willst. Ich will. Nein, ich will. Und wenn ich gar nicht will, dann geht's wieder. Dann machst du es selber. Ich glaube nicht. Das schaffe ich nicht. Dann braucht man schon Überwindung. Ja, voll. So. Kannst du dich einfach so ein bisschen anlehnen? So? Ja, super. Super. So. Kannst du dich einfach so ein bisschen anlehnen? So? Ja, super. So. 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 Ja, voll schön. Machst du beruflich irgendwas Gefährliches, nein, oder? Nein, nichts Gefährliches. Was machst du schon jetzt? Ich arbeite in der Apotheke. Und nebenbei auch schminken, also ist nichts Schwieriges. Eine gute Apotheke müsste aber oft angerustet. Das kann schon gefährlich sein. Dann haben wir das auch schon drin. So. 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 So.